Was für eine Zahl, was für ein Meilenstein. Mein Gott, als ich im Februar 2011 das erste Mal ein Let's Play Video auf diesen Kanal geladen habe, hätte ich niemals gedacht, dass wir mal hier stehen, wo wir jetzt stehen. Und dafür möchten wir uns natürlich bei euch bedanken, für die Loyalität, die ihr uns all die vielen Monate jetzt entgegengebracht habt. Und ja, wir bedanken uns natürlich nicht nur mit Worten, wir lassen auch etwas folgen und zwar haben wir ein Gewinnspiel für euch organisiert. Ganz genau, ihr habt nämlich die Chance, entweder 5 Plätze auf unserem Minecraft Community Server zu gewinnen oder 2 Tickets für die Gamescom 2012. Entweder für Donnerstag und Freitag oder für Samstag und Sonntag. Genau, aber das können wir euch natürlich leider nicht umsonst geben. Ich meine, wir würden natürlich gerne, wenn wir könnten, aber ich glaube, da wird die Köln-Messe etwas sauer, wenn wir ihm ein Gamescom-Ticket geben. Dafür zeigen wir euch gleich eine Szene in Minecraft. Die haben wir, Peter und ich jetzt, in dem Gebäude, was ihr hinter uns seht, nachgestellt. Und ihr müsst uns sagen, aus welcher ursprünglichen Minecraft-Folge, die wir mal hochgeladen haben, diese Szene stammt. Nur der Name, der Folgname reicht vollkommen. Ihr müsst nicht auf den Mute oder so eingehen. Und ja, das Ganze sendet ihr an gewinnspiel.atpilsmeet.de. Die E-Mail-Adresse ist natürlich jetzt nochmal eingeblendet. Und der Einsendeschluss, der wird jetzt eingeblendet. Und ja, wir hoffen natürlich auf möglichst viel Resonanz, dass möglichst viele Leute mitmachen. Und ja, danach gibt es dann auch noch ein paar Outtakes, dann könnt ihr noch ein bisschen lachen. Und ja, wir hoffen auf viele Mitmacher. Seid gewarnt, das Texture-Pack ist nicht mehr ganz das gleiche wie damals. Aber wir hoffen trotzdem, dass es ganz gut erkennbar ist für all die Leute, die unsere Videos über die Monate hinweg verfolgt haben. Und zwar stehen jetzt nur wir zwei vor euch. Aber selbstverständlich danken euch auch die anderen vier. Der Hadi, der Jay, der Seb und der Christian. Wir sind ja mittlerweile ein Team. Was als ein kleiner Kanal gestartet ist, ist ja mittlerweile eine Gruppensache geworden. Und das ist nur euch zu verdanken. Also wir wünschen euch viel Spaß beim Gewinnspiel. Viel Glück natürlich auch. Und vielen Dank für alles. Genau, aber das kriegt ihr natürlich nicht umsonst. Dafür müsst ihr was tun. Und zwar, verdammt. Scheiße, ich hab so saut, ich bin die Treppe wieder hochgelaufen. Fuck. Wenn ich das Video auf diesem Kanal hochgeladen habe, hätte ich niemals im Leben gedacht, dass wir irgendwann mal da stehen, wo wir jetzt hier stehen. Scheiße, ich hab mir einen Ansatz verfasst. 100.000! Okay, das ist ein guter Outtick. Scheiße. Das war's. Ich hab mir einen rot, wo wir jetzt initiation. n .